So, willkommen zur letzten Folge dieser kleinen Sessione. Ich guck jetzt mal kurz zum Reiseding, aber theoretisch dürften wir doch gar kein Ziel jetzt haben, oder? Nee. Dann kann ich ja nur noch mit, ich glaub, Melvin ist ja kurz talken, ob die Techno-Romancer-Brüder und Schwestern schon mal draus gefunden haben. Und ansonsten müssen wir einfach nächtigen. Was, du Melvin, mein Freund? Guten Morgen, Zachariah. Unsere Brüder sind noch immer noch in ihrem Steakhouse, aber wenn du keine Hilfe brauchst, lass mich einfach wissen. Okay. Na dann, Schlafenzeit. Wir kommen ja sonst nicht weiter. Immer noch 19 Stunden. Gut, da, gut, da, gut. Gibt da sonst nichts zu tun. Dann mach ich noch ein paar Upgrades, wie ist das? So, hier können wir noch mitmachen. Stahlhammer-Upgrade. Stahlhammer-Upgrade. Wo steht eigentlich da wie viel, ach hier unten, Komponenten? Leder haben wir ziemlich wenig. Was ist da los? So, jetzt ist es auch wieder alle. Beim Stab kann ich bestimmt erstmal dann nichts machen weiter, ne? Ne, weil uns das Leder fehlt. Nein! Sehe ich das eigentlich irgendwo, wo wir alles haben? Das wäre eigentlich ein Eis gewesen, dass man sieht da. Du hast so und so viel Leder. Ich tue nur Metallschutt. Und Leder ist wahrscheinlich weg, weil wir es nicht haben, wa? Da hätte ich echt gedacht, wir haben schon mehr. Na gut, ähm. 36, den Rest können wir nicht nehmen. Stab. Muss ich das Rohr im Prinzip nehmen? Können wir nicht benutzen. Was haben wir hier? Okay. Decknummer-Mensi-Uniform, jo. Mhm. Ach, verdammt. Den Spind haben wir nicht eröffnet. Kommen wir dann da nochmal hin jetzt? Weil vielleicht ist da irgendwas cooles drinnen. Verschöne Kuppel. Verschöne Kuppel. Ja. Na gut, dann müssen wir jetzt nochmal schlafen. Anders fliegen wir die Zeit ja auch nicht rum und... Sonst passiert ja aktuell auch nichts. Kacke! Ich hätte mal rinngucken sollen. Ach, scheiße, Mann. So, zack, zack, zack. So, im Norden der Stadt. Da müssen wir jetzt hin. Wollen wir gleich abkürzen hier über das... Ich glaube, das ist besser, oder? Wenn wir hier gleich runtergehen. Das ist besser, oder? Das ist besser, ey. Ich glaube, das ist besser, oder? Ich glaube, das war's. Ach, hier in der Butze jetzt, oder was? Ah. Ach so, und jetzt können wir zu unseren Technomen zerfremden. Aha. Ja, da bin ich entspannt, bestimmt kommen wir zu einem neuen Reisepunkt. Ja, da bin ich. In jedem Ort, wo du sie finden kannst, sollte es nicht schwer sein, dass du sie jetzt rauskommst. In jedem Ort, wo du siehst. 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 So, und dann da hinten noch. Easy peasy. Ich muss dann irgendwie wieder nach oben. Da hinten wäre der Aufstieg. Oh! Da sind wir noch ein Team. Okay. 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 Stochen ist doppelt zack gut haben wir die boots hier wieder brennigt Untertitelung des ZDF, 2020 Zechariah, I was just starting to worry. What for? Bad news, I'm afraid. The ASCs not only in Noctis, but they're starting to threaten its safety. I know you did what you could to get rid of their spies, but if you stay here, they'll come back. And now we may be open to a direct attack from Abundance. I'm sorry, Zechariah. They're after you and your friends. I can't risk the safety of all my people for just you. So you're turning your back on us? No, no. I would never turn my back on a friend. I set a meeting for you with the Technomancers from Aurora. Their arms are open. You'll be safer from Victor with them by your side. You just can't stay here. Why are you helping me? A scratch on the back for what I hope will be a long-term relationship, Mr. Manser. They'll meet you under one of their shadow paths. Take the map. You'll be well-received. Now get going. As soon as you can gather your things and friends together. The longer you stay, the more danger those of us around you face. How'd you manage to get in touch with Aurora's Technomancers? Wasn't easy, but we have agents in all of the Corporation's cities. The equivalent of Nisha, but not as easy on the eyes, lives in Shadowlair and was our point on this little mission. Their Technomancers are quite knowledgeable, powerful, and I assume the idea of having one of their counterparts from Abundance join them and give them a little upper hand, probably put a few smiles on their faces. But their chief's name... It's slipping my mind. Profanity? No, something more. Chastity, promiscuity, generosity... Yeah, that's the one. Their chief's name Generosity, I think. He's quite chummy with the Dowser wisdom, I hear. Shouldn't be too hard for him to make you feel welcome. So set your mind at ease. Prrrr, also jetzt wieder zurück. Also, ich meine, zu einem nächsten Örtchen. Das hat man vor uns auf jeden Fall nochmal ausruhen. Haben wir jetzt mit ihm noch ein Thema? Grüezi, Zachariah. Irgendwie glaube ich, das wird nicht gut gehen. Was ich bloß schade finde, der Teil ist ja auch, glaube ich, aus 2.16. Dass es bisher nicht nochmal ein Spiel dazu gibt, weil... Das Thema an sich mit den ganzen Konzernen, die sich gegenseitig bekämpfen, würde ja noch viele Geschichten hergeben. Ich meine, guck mal, theoretisch... Ich weiß nicht, ob hier überall noch was hinkommen sollte. Dann hätten wir noch viel vor uns. Jetzt sind wir zurück in Aurora. Das ist die Definition von Insanity. Do you think they know how many times I've attacked them? Ich bin wirklich sorry, Zach. Ich bin sicher Dandolo würde uns alle in Noctis halten. Es macht mich nicht komfortabel, aber wir können nicht halten Noctis unter Victor's Crosshairs. Er würde nicht behalten, zu weib es auf dem Gesicht von Mars, nur um seine Hände auf dich zu machen. Ich weiß nicht, ob das so. Big Bad Victor ist definitiv ein manipulativer Rat, aber er wird ein paar Probleme auf eine Stadt wie Noctis mit ein paar Haare-Brain-Skehen. Do the Corporations differ all that much? I know you were raised to think so, but as a mutant, I only see humans bickering over petty squabbles. The differences don't matter now, especially since they're welcoming you with open arms. Supposedly, Technomancers are treated well. Here's the truth. I know this transition's gonna be hard for you. Aurora may ask you to fight against your former Corporation. You may end up on the battlefield against men and women you knew from before. Well, at least there's no chance of coming up against an old Technomancer, buddy. Because they're all with you. Well, except for that Snake Allen. That doesn't really matter, right? What bothers me is that they're gonna commandeer my baby. I don't want you, Zack. I like you, but if they try to take my rover, I'm out. So fucking out! It's me and my rover or nothing. I think I'm going to think about it. I think I'm going to think about it. No, or? Was that the music from the first part? The music from the first part? Na gut. Dann geht's hier in the next session wieder weiter. Spitzbedanko mich, bis dennne! Ja.